Nein, ich denke, hier ist es richtig. Das wird ein Italien-Vlog. Ich gehe Manuel besuchen für die nächsten acht Tage. Ihr müsst euch vorstellen, heute ist Silvester. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen erledigen, weil ich fliege um 18 Uhr schon nach Mailand. Dann muss ich von dort mit dem Zug nochmal nach Cremona fahren. Ich habe mir gedacht, ich vlogge einfach und nehme euch mit. Deswegen, let's go! Ich habe einfach meinen Zug verpasst, weil Ryanair meinte, wir müssen 40 Minuten später losfliegen. Deswegen kann ich jetzt eine Stunde warten und ich werde erst um 23 Uhr circa bei Manuel sein. Das ist ein Wahnsinn! Das gibt es ja nicht! Ich will nur in Cremona, oder was? Das ist ein Wahnsinn! Bist du teppert! Aber das hier in Cremona schreibt, dass du das auch ein Wahnsinn, oder? Ernst, oder? Nicht normal. Touchdown in Cremona. Jetzt kleines Silvester-Essen mit der Wahnschaft. Der Mann hat mich mitgenommen. Das ist zu wenig. Alles hat gepasst. Wie soll man es anders erwarten? Wie soll man es anders aber auch erwarten? Wenn ich fahre, macht euch gerne Sorgen. Wie gesagt, Vogue 3 in Österreich. Emanuel hat jetzt Abschlusstraining. Morgen spielt er gegen Juve und man hat sich schon wieder verfahren. Es gibt ja nicht. Vogue 3 in Österreich. Jetzt steh ich, Freunde. Heute ist Spieltag. Heute spielt Juventus gegen Gremunese. Ich gehe William vom Flughafen abholen und wir gehen dann gemeinsam ins Stadion. Let's go! Pop Smoke wurde gesichtet. Pop Smoke wurde gesichtet. Bist du teppert. Komm, Mann. Man, la gibbiola, ja. Verstehst? Ciao, 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 ciao. Steig einmal ein, Bruder. Die warten erst. Ciao, Milano. Ciao. Steig einmal ein, Bruder. Ciao. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Bella Vita, ja. Wahnsinn, Bruder. Steig einmal ein, Bruder. Das ist die Story. Schau, Leute, huppen schon. Leute, huppen schon. Bist du teppert. Es schimpft uns alles, Bruder. Ey, Mann. Das gibt's ja nicht. Wie findest du die Atmosphäre hier? Ich bin top. Top-class, gell? Altmodisches italienisches Stadion, aber krass. Ah, Wahnsinn, gell? Krass. Stadion. 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 So gut verteidigt. Cremorese drückt jetzt. Paredes und Rabiot. Noch immer 0-0. Sechzigste Minute jetzt. Fuck chance. Und das ist ein Spanier. NIEMALS. Was? Das ist der Glück. Aha! Verehrt, jetzt跨ter Est! Zum Toros, clumsy. Regack's aufmachen. Red到 oberen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Consciaal jump are great. Conter Accrementese. Junter. Genardset's. Wieder conter. Wieder conter! Nein, nein, nein! Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, neunzigster plus, alle gehen schon, neunzigster plus, Juve macht 1-0, ich weiß es doch. Boah, das tut einfach, der neue Schmerz ist verrückt. Tschüss. Spiel vorbei, 1-0, aber dass dieser rasende Teppich ist, das lassen wir auch so stehen, ne? Wie geil schaut aber diese Pizza aus, ne? Unglaublich, ne 6. 6 von 10, warum? Rant ist verbrannt, man glaubt, man schmeckt Kohle, ne? Wir gehen jetzt zum Friseur, die machen da hinten Fotos, schauen wir mal, was ein Friseur in Cremona kann. Der aktuelle Stand, Melo ist leider auf Urlaub, Melo best barb aus Wien, schauen wir mal. Schauen wir mal, was der Friseur hier kann. Super geschnitten, grazie. Ihr kennt Schrimps, ha? Der sagt Schrimps, was sagst du? Pelé, ich brauche meine Tränen. Schmutzige Runde, beziehen Sie trotzdem mal. Schmutzige Runde. Auch mal mit Schmutz, auch mal mit Schmutz. Schmutzige Runde, Jeans. Jeans von Peso. Peso auch. Ah, okay, kann ich gerne. Weird Flex. Darunter normales Basic-Weiß-St-Shirt. Low-Light Studios. Low-Light. Und die College-Jerke wie immer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 2-4-5. Mir piace, mir piace. Emanuel ist Assistent. Wie scharf das Kiel gemäht wird, oder? Warte, scharf, oder? Bruder. Emanuel lebt High-Heart-Limits. Augenbrauen machen ist der Game-Changer. Was sagst du? Underrated. Augenbrauen. Augenbrauen, underrated. Popis fertig. Was sagst du? Ja, stark. Kalifest, oder? Ich bin ohne 1. Platz. Wir spielen gerade Ludo. Zeig einmal her. Ich bin ohne 1. Platz. Die zwei machen sich den Verlierer aus. Schauen wir mal, wer einen Schnipser kriegt. Schauen wir mal. Bist du der? Bist du der? Gib her dein Ohr, Bruder. Gib dein Ohr her. Gib mir dein verdammtes Ohr, Bruder. Gib mir dein verdammtes Ohr. Gib mir dein verdammtes Ohr. Gib mir dein verdammtes Ohr. Das tut schlimm, ja. Oder mal, lass Bruder wenigstens, Bruder. Okay, warte. Ja, aber gib Kapuze wenig, Bruder. Ich mach eh nicht Fläsen. Was? Bruder, Herr. Bruder, Willi. Okay, Bruder, Willi. Bleib unten, Bruder. Er setzt ihn. Ah! Buh! Guck mal, das war alles gut. Ah! Das ist aber eh nichts, Bruder. Was wettern Sie? Oder ohne Ohr. Wir sind jetzt hier beim Turm oben. Von hier sieht man ganz Cremona. Und dort hinten, dort ist der Stadion. Das ist das Team. Puppi meinte 10 von 10, schauen wir mal. Ich sag erst mal stark. Für mich 8 von 10. Was sagst du? Sehr gut. Solide. 7,4. Sehr einfach. Aha, aha, aha. Und du? 7 von 10. 7 von 10. Wir sind jetzt in einem Designergeschäft in Cremona, in dem Spieler von Cremonese Prozente haben. Deswegen werde ich da jetzt ganz, ganz genau hinschauen, was es hier gibt. Outfit von heute. Dioras. Lockere Hose. Weißes T-Shirt. Basic. Und lange Jacke drüber. Nehmen oder schwer? Ich glaub schwer. 450 Eier. Gerne Chance. Sind sie wieder auf? Ich überleg gerade diese Geldpässe mitzunehmen. Extrem clean. Und wenn es hier Prozente gibt, dann lasse ich mir das nicht nehmen. Was sagst du? Weste mitnehmen oder schwer? Hose auf jeden Fall. Der Modelleg ist. Wahnsinn. Ah, Weste ist gut. Ich hab grad diese Jacke auch probiert. McQueen. Dann schau ich hier rein, weil ich hab das Preisschild gesucht. Und da steht einfach 1490. Pff. Doc Martens. Doc Martens. Einfach lässig. Esos Anzugshose. Aha. Uniqlo. Und Arknay Studios Puffer Jackets. Die Puffer Jackets ist besonders geil? Die ist 2 in 1. Immer Variables sein. Und eigentlich hab ich mir zwei Jacke gekauft. Ab Wahnsinn. Die Geldpässe ist es geworden. Auf schlicht. Ich bin alle behind the seats. Emanuel Leibu. Kleine Instagram-Foto. Und was gut ist dabei oder nicht? Das ist gut. Vamos. Wir sind jetzt da. Emanuel zeigt euch jetzt deine letzten 5 Pickups. Oder was du zuletzt geholt hast. Erstes Piss. Hier das Pickup mit Mainz. Aquestudios. Weste. Jacke. Im Bauern. Schön für Winter. Im Sale. Im Sale-Kau. Preis. Weiß ich nicht mehr. Aber minus 40% für stark. Schneechenegger. Nächstes Piss. Die Hose habt ihr im Blog wahrscheinlich schon gesehen. Im anderen Blog. Das ist ja die gleiche Hose nur in Blau. Hier so quasi mehrere Sipra. Kann man hier quasi zuziehen. Wenn man es so tragen will, könnte man es sogar komplett zutragen. Aber die Hose macht sehr coole Sachen. Pickup Nummer 3. Die neuen Louis Vuitton Schuhe. Einmal in Blau. Und weil sie so schön sind. Die Schuhe schaut aber zu mächtig aus. Und in Beige. Also war so schön. Da musst du gleich beide machen. Für mich einer der schönsten Schuhe die 2022 rausgekommen sind. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt stoppen und reinschreiben. Beige oder Blau. Pickup Nummer 4. Ganz was einfaches. Aber für mich essentiell im Winter. Schau mal Simon tut die Weste. Schaut gut aus. Haltet warm. Kostet nicht viel. Ich muss sagen, das habe ich mir von Manu auch abgeschaut. Ich habe mir jetzt auch zwei Westen von dem geholt. Super Qualität. Super fit. Meta in Winter. Ja, das ist wirklich sehr stark. Meta in Winter. Mit kleinen Unterhemden runter. Kommt sehr stark. Kann man machen. Letztes haben wir nochmal für Winter. Hier haben wir einen Chagny Strick Blower Weste. Auch im Sale geschossen in Wien. Mit der Mitschies. Schaut. 20% obwohl es eine neue Kollektion ist. Aha. Und ja. Auch wieder braun. Sehr schön für Winter. Das waren meine fünf Lentes Pickups. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. Emanuel war so nett und hat mir für dieses Video ein T-Shirt von ihm zur Verfügung gestellt. Quasi das werden wir verlosen. Er wird es auch noch unterschreiben. Nehme ich an. Ja. Kann ich machen. Und das werde ich dann auf Instagram verlosen. Dafür musst du mir auf Twitch folgen, auf YouTube folgen. Und auf Instagram. Seht ihr sowieso das Gewinnspiel. Einfach mal alles mitnehmen. Unser Zug fährt in 10 Minuten weg und wir stehen gerade hier. Das war es auch schon mit dem Vlog. Ich war jetzt 8 Tage hier. Vergesst nicht mir auf Twitch zu folgen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit auch sehr sehr viel auf Twitch streamen. Drückt auf die Glocke. Ja drückt auf die Glocke. Und hier auf die Glocke drücken und abonnieren. Das Video könnt ihr auch gerne liken. Dann würde ich sagen haut rein. Bis zum nächsten Mal und. Tschüss. Tschüss.